V7 Formt Madame et Monsieur Frank et Frank Christiane et Christiane Clodine 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 ist heute nicht da Nun lassen wir den Raben doch mal selbst zu Wort kommen Der Rabe denkt ganz brav, kratzt sich hinterm Haupt, ob es ihm wohl einer glaubt, er wäre so gern ein guter Pornograf. Der allerbeste von den besten wollte er sein, darum schreibt er eine ewig lange Weile von schönster Liebe Zeil um Zeile. Nach hundert Seiten schließt er und sagt, fein, und nun zum Test, ein bisschen arg vermess, schickt erst der kleinen Baroness. Sie liest und stöhnt und klaut und leis, doch schon auf Seite zwei kommt sie ganz heiß. Ach, der Dichter denkt bei sich, wozu nur all die Zahlen, konnte sie nicht bis hinten weilen. Der Adel ist ganz und gar liederlich. Teilweise macht er auch literarische Ausflüge der Rabe. Auch wenn er der anderen Autoren gegenüber ausgesprochen kritisch ist. Sah der Rab das Röslein stehen. Ja, nervt war auf der Heiden. Ist schon recht, war morgen schön. Wollt so gleich vorüber gehen, mocht's wohl etwas leiden. Röslein jauchzte zarte Tönen auf der Heiden. Röslein sprach, dich breche ich. Rab, ich bin Feminist. Röslein, bin feucht vom Morgentau. Rab, du brichst mich nicht. Röslein, so ein Mist. Komm, bin deine Frau. Da nun sein Vorsatz bricht. Er liebte sie im Vorübergehen. Von hinten und vorn taten es die beiden. Glücklich stach sie ihn zurück im Liegen und im Stehen. Küßte ihre Haut von Seiden. Ergaben sich dem Glück auf der Heiden. Auf ihre Freude, Herr Niedersehen, dachten an die Rezeption. Beide wollten es gern haben. Feminismus muss man verstehen, dies lassen, das wir hohen. Taten sich aneinander laben. Auf der Heiden. Applaus Taten sich aneinander laben. Der wunderbare, großartige Erik Müller, ein begnadeter Musiker, Gitarrenlehrer, ganz, ganz lieber Freund. Natürlich hat unser Rab auch geistige Bedürfnisse und nicht nur das, auch geistliche Bedürfnisse. Und deswegen treibt er auch an das Spiel. Zum Beispiel hier. Ging der weiße Rab zur Messe mit dem Hermann Hesse. Der Pfarrer spricht voll Witzt und Geist. Fast schon wie der Heinrich Kleist. Monsignore, wie der heilige Augustin, so wendet man sich der Liebe hin. Doch bei der Lieb dacht der Rab mir an Partei. Da war die Kirche ihm völlig einerlei. Wie habt ihr noch ein Rabenkostüm? Möchte ich hier einfach schon mal ganz, ganz kurz was über das Buch sagen. Das Buch, wie gesagt, wir haben das mit Liebe gestaltet. Unbedingt. Die Holzschnitte von der Elke sind großartig. Deine Gedichte auch. Danke. Höre ich sehr, sehr gerne. Und wir haben das Buch hier in zwei Ausgaben. Die eine Ausgabe, die wir haben, ist die Printausgabe, die ihr hier erwerben könnt. Für locker, lau Geld, 20 Euro, um genau zu sein. Und dann haben wir auch noch Originalausgaben hier. Da sind sozusagen die Original-Holzschnitte drinnen. Und zudem ist auch noch drin, jedes Gedicht einzeln mit der Hand getippt auf einer Gabriele 2000. Und zwar von der wunderbaren Evi. Nun kommen wir zum Action-Teil. der Veranstaltung. Im Winter ging der Rab zum Ludwig Beck. Ach so, muss ich eigentlich vorher erzählen. Ihr müsst dazu wissen, der Rabe ist natürlich auch ein veritabler Fetischist. Er hat eine ausgesprochene Vorliebe für halterlose Strümpfe, kurze Röcke und vor allem rote Schuhe. Ich weiß, jeder, der mich auf Facebook verfolgt oder meine, oder Frank, wärst du nie draufgekommen, oder? Ich hab dich geblockt. Nein, aber das ist wirklich eine des Rabens Leidenschaften. Im Winter ging der Rab zum Ludwig Beck. Genau der hinterm Rathauseck. Fragte darf er seine geliebte Tolle nach Strümpfen aus zarter Wolle. Verneinten es die der Liebelosen. Nun trägt sie wieder Hosen. Nun ist der Rabe ratlos gar. Von Erotik nun ganz bar. Er wird so gerne drunter fassen und am Kleid die Nassen. Jetzt muss er es lassen. Möge der Herr sich wieder einen Sommer fassen. Ich hab ja gesagt, das ist der Action-Teil der Veranstaltung. Der Kostümwechsel. Wie auch immer. Brings, knees, alas. Brings, knees, alas. Brings, knees, knees, alas. Brings, knees, 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 was my heart of gold. And who that my lady greets? Brings, knees, knees, alas. Brings, 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 knees, alas. Was ich von dir ja gerne wissen möchte, Elke, ist, wie kommst du dazu, diese Gedichte zu illustrieren? Ganz unverfänglich, mal gefragt so. Du hast mir die Gedichte gezeigt und dann haben wir doch gesagt, die gehören in die Öffentlichkeit. Aha, okay, gut. Und du hast ja keine Probleme gehabt, dass die teilweise zu unanständig gewesen sind und so? Nein. Also ich muss dazu sagen, von den Gedichten werden auch welche vertont. Das kommt dann am 4. Mai zur Aufführung von Martin Winterstein. Piken, der ist der Komponist und er hat gesagt, das ist unglaublich schwierig für ihn, weil Piken ist unglaublich schwer zu singen. Unanständig, hat er gesagt. Unanständig zu singen. In dieser Art. In dieser Art, also diese Steigerung und so weiter und so weiter muss man irgendwie reinbringen. Ja, das ist schon, aber ich freue mich, dass du es gemacht hast. Ich freue mich, dass du es gemacht hast. Du hast es in Holz geschnitten und das ist insofern interessant, weil du dich damit ja auch wieder dem Konrad Gessner angenähert hast. Also da schließt sich ja auch dieser Kreis. Geniale, geniale Illustration, genial. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Toll. Und jetzt kommt definitiv das letzte Gedicht. Mitnichten gibt es noch eins mehr. Der Tantenseminar. Groß und klein im deutschen Sprachgebrauch. Sie luden die Klugen, naja und den Raben auch. Der Rab ging zu den Nichten. Mitnichten, Beinichten, Unternichten, Aufnichten. Da war es der Rabe glücklich. Versäumte das Seminar. Ich danke euch ganz herzlich. Applaus Der Rabe ist uns Menschen ähnlich. Ich habe in meiner Kunst damit etwas, habe mich auf einen Pfad begeben, den ich eigentlich immer vermieden habe. Also es geht mir genau darum, ich habe zum Beispiel mal einen Film gemacht über diesen wunderbaren Brehm, Alfred Brehm. Wenn er mich persönlich fragt, ein veritables Arschloch, weil der eben genau die Tiere nicht nur vermenschlicht hat, sondern unter einem ganz, ganz streng moralischen Raster dann gesehen hat. Und wir hatten heute lustigerweise hier im Haus die Diskussion. Und in dieser Diskussion war es dann eben auch so, dass der, dass eben der, man gegenüber meinte, was ein entsetzliches Tier der Rabe ist. Die Krähe und die Älster, weil die rauben die Nester aus von zum Beispiel oder wie auch immer. Und das ist eben sozusagen, damit ist der Rabe sozusagen ein böses Tier, weil er in der Population relativ hoch ist und dieses arme, andere Tier verdrängt. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen, es ist wichtig, dass wir Menschen auf Tiere schauen. Es ist wichtig, auch sich damit zu beschäftigen, aber wir sollten uns auch überprüfen, wie wir auf die Tiere drauf schauen. Und wie sehr wir unsere moralischen Maßstäbe ansetzen und wie sehr wir Wertungen vornehmen, was wertiger ist oder was weniger wert ist. Aber dass wir Lebensräume schaffen sollten, ich hätte wahnsinnig, jetzt wollte ich eigentlich für heute so einen Sack Mösinger Blumenwiese organisieren. Das ist so ein Samenzeug mit edemischen Pflanzen für Bienen und Wildbienen und nicht nur die, sondern alle Insekten. Mücken sind nämlich total geile Viecher. Ist der Ranner jünger anwesender? Ist er nicht. Schaut, wer es nämlich gewesen hätte, hätte das nämlich auch mal gehört. Aber wie gesagt, da habe ich, deswegen habe ich bei meinem Blick auf Viecher eigentlich auch immer eine ziemliche Distanz zu den Viechern. Hier habe ich das wirklich ein bisschen verlassen, indem ich sozusagen den Menschen in dem Viech gesehen habe. Aber eigentlich ist es umgekehrt. Eigentlich sehe ich das Viech in uns Menschen drin. Und das ist mir ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Weil der Mensch ist nämlich auch nichts anderes als ein Viech. So.